Willkommen, willkommen zu einer weiteren Runde Ori and the Will of the Wisps Die Windwüste heißt das, wo wir gerade sind Ah, ja, dann wissen wir das jetzt auch Okay Ich habe ja eigentlich gedacht, wir sind immer noch in dem stillen Wald Aber dann sind wir eben in der Windwüste Das ist auch okay für uns, nicht wahr? So, das hier haben wir erledigt beim letzten Mal Und haben da einen, aua, einen Splitter bekommen Was wir natürlich mit diesem Splitter dann anfangen können Und, oh Au, 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 au Du willst es wieder wissen hier Könntest du dich ein wenig beruhigen? Da wäre ich dankbar dafür So Haben wir das auch Ich wollte gucken Passt mal auf schnell Wir wollten schnell schauen Der Splitter Das war Irgendein seltsamer Passt mal auf Webrick Achso Spaltung Schnellschuss Vitalität Energie Bla 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 Welcher war denn das? Äh Dorn Kopfgeld Katalysator Ich glaube der war das Könnten aber mal schauen Ob hier irgendwas Uns noch helfen könnte Oder der war es Ich weiß es nicht mehr ganz genau Aber Ich würde sagen Wir lassen unsere Wir lassen unsere Einstellungen so Weil Das ist eigentlich alles Ziemlich nett Was wir hier drin haben So Gut, gut, gut Da haben wir unsere Tausch Geschichten vermerkt Okay Ja Was haben wir Da hinten noch Da hinten haben wir die Baugeschichten Ja genau Heißt da fehlen uns Hier noch drei Okay Gut Ähm Ich glaube wir müssen Hier nach oben Da waren wir beim letzten mal Damit beschäftigt Und sind da auch Ein paar mal Leider Gescheitert Wenn ich das richtig weiß So Ah Okay Sind wir nicht von da oben gekommen? Ich glaube Wir probieren mal Halt wartet mal Ich will das lieber Ich will das Lieber so rum haben Ah Wow Ah Und jetzt habe ich keine Ah Honig Ah Ah Die Ah Die 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 Ah Die Sanddinger Lösen sich auf Ah Das ist natürlich Äh Unschön Äh Au Boah Du gemeines Teil Du Du Oh Wow, wow, wow Ah Ah, Moment Ah, warum ist das aus? Es ist nicht gut, wenn das aus ist So Haben wir das mal vorerst erlegt Frage ist, was bringt uns das, dass wir das jetzt hier erlegt haben Ich würde sagen spontan bringt uns das gerade irgendwie gefühlt jetzt nicht so viel Ah Nein Ah, geh doch Ah Moment, kann ich Dieses Ding, ah Kann das so machen, okay Ja 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 Okay, ne Wasser habe ich jetzt, okay Das Kennen wir schon Wasser habe ich jetzt gerade im Moment leider nicht für dich Wir müssen mal gucken, wo sind wir eigentlich Dahinten hätte es noch ein Gold Geistersplitter Nein, hier, wie heißt das Egal Dings gegeben Geisterlicht Genau so heißt es Ich wusste doch irgendwas mit Geist Die Trage ist Die Trage ist Wir gucken mal, ob wir hier nach oben kommen Eventuell Wir kommen Ah, 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 Lupo, ah, Lupo Ich mag Lupo Ich mag Lupo Lupo gibt immer tolle Sachen Auf jeden Fall nurig Ha Auf jeden Fall Auf jeden Fall will ich eine Karte haben. Wow. Okay. Das ist eine ziemlich krasse Karte. Oh, da gibt es eine kleine neue Fähigkeit für uns. Was bekommen wir? Wühlen. Drücke RB, um dich durch Sand zu bewegen. Drücke dann RB erneut, um beim Wühlen zu sprinten. Okay, dann wollen wir das mal gleich direkt versuchen und zwar hier. Ziele auf den Sand und drücke RB um dich. Wow. Okay, okay. Ja, ja, ja. Alles klar. Kannst du das auch langsam? Ah ja, du kannst das auch langsam. Cool. Einmal drumrum oder so. Das ist ja mal ziemlich cool. Das gefällt mir. Au, au, au. Okay. Was, 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 was soll ich? Drücke im Sand RB, um Wühlen vorwärts zu sprinten oder aus dem Sand zu springen. Ah ja, okay. Drücke, um das Podest zu aktivieren. Geisterprüfung. Okay. Die werden zum Glück auf den Karten angezeigt, weil, wie gesagt, beim letzten Mal schon habe ich das erwähnt. Ich glaube, ich werde die Geisterprüfungen vorerst zumindest mal ein wenig auslassen. Wow. Ein... Aber... Schade, dass das, äh, dass er da nicht mitten im Sand anhalten kann. Das ist ein wenig schade, aber... Die Funktion an sich finde ich schon ziemlich cool. Ah, und jetzt brauchen wir hier wahrscheinlich den Sprint-und-irgendwas-Trick. Äh, Moment, halt. Andere Taste. Wow. Ja, aber... Okay. Dann haben wir das erkundet. Dann gehen wir hier mal wieder zurück. Wartet mal, kann man hier... Oh, ich höre Geräusche. Hier haben wir keinen Sand... Ah, die Dinger sind respawned. Okay. Wie kommen wir... So, nicht... Ähm... Wie kommen wir hier wieder... ...zurück? Wartet mal, da war... Achso, Minenarbeiter sprechen. Ne, das wollen wir nicht. Au! Ah, ich kann da von unten durch Barrieren durchballern. Okay, das ist natürlich auch... ...interessant und hilfreich. Hätte ich... Hätte ich jetzt mal gesagt. Aua! Au! Ein Wurm! Ah! Okay! Aua! Sehr nice! Au! Au, au, au! Aua! Okay, wo bin ich hier? Ah, hier bin ich hier unten. Hier bin ich hier unten. Okay, wollte ich da hinten eigentlich? Ich glaube nicht, aber... ...das macht nichts. Dann, äh... ...versuche ich mal, ob wir hier nach drüben kommen. Ha, ha! Ha, ha, ha! Ihr wollt wieder alle mit mir spielen. Ja, ich will aber jetzt... ...momentan nicht... ...mit euch spielen. Ich frage mich gerade jetzt, warum die... ...musik ausgesetzt hat. ...gorelek erz! Oh! Ah, ne! Okay, wir... ...speichern hier mal. Ah, ah, ah! Nein, da wollen wir nicht hin. Das sind wieder die... ...Bösartigkeiten. Ah, ah! Ah, Moment! Ne! Das hilft mir hier nicht weiter. Okay. Aha, das hilft mir hier auch nicht weiter. Okay, das ist ein bisschen scharf. Wartet mal, da unten ist noch ein... ...ein Sandtunnel. Hm, machen wir den Sandtunnel oder machen wir ihn nicht? Au! Ah! Ah, okay! Da komm ich dann da hinten wieder raus. Was gibt es hier noch? Schönes. Aha! Interessant! Wo sind wir hier? Aua, 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 aua! Aha, hier sind wir. Ah, dann können wir die umgehen, die Tante Frieda. Okay. Das ist natürlich, ähm... ...sehr geschickt. Halt! Was gibt es hier? Aha, okay. Hier gibt es noch einmal ein, zwei, drei Geisterlicht. Das ist sehr schön. So, dann müssen wir hier wieder nach drüben, müssen hier wieder rein und müssen hier wieder raus. So. Ich weiß gerade nicht, gibt es hier keine Musik oder ist keine Musik oder wie ist das? Moment. Ich guck mal schnell in die Options. Äh, die sind aber alle da. Und da ist sie auch, wenn man genau hinhört. Also, vielleicht gibt es in diesem Bereich nicht so viel Musik. Äh... Moment, waren wir da oben schon? Ah, wir müssen da hoch. Okay. Wir müssen da hoch. Okay. Ah, hier kommt auch die Musik. Das ist nur dieser Bereich, in dem keine kommt. Dann stürzen wir uns. Eieieiei! Ah, 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 ah! Oh! Ah, und hier ist die, hier ist das Ende der Prüfung. Okay. Oh, da oben ist noch ein Ob. Das wollte ich jetzt nicht. Warum hat er das alleine gemacht? Wir müssen ein bisschen aufpassen auf diese Kollegen, die da rum eiern. dass die uns nicht erwischen. Und dann gehen wir mal hier runter. Die Frage ist, was gibt es hier? Was bringt mir das hier? Oder waren wir hier schon drin? Au! Du Sack! Wartet mal. Kann man hier irgendwie von hier aus rein vielleicht? Nein, ich möchte die Geisterprüfung bitte nicht starten, wenn es geht. Nee, da scheint man von da aus nicht reinzukommen. Ich probiere das jetzt nochmal mit dem, wenn er auf mich schießt. Wo ist er? Ah, so wollte ich es nicht. Komm ein bisschen näher. Aua! Nicht hau und schießen! Komm! Aua! Ich glaube, so wird das nix. Wow! Und dann kommt noch der Wurm da. Ja, ihr seid alle beide ein bisschen aggro, ha? Komm, schieß nochmal! Au! Au! Ich sehe nix! Ah! Weil irgendwie muss ja hier die Tür auch aufgehen. Ich weiß noch nicht so genau wie. Oder brauche ich dafür so einen Sandwurm? Wow! Aha! Brauche ich da so ein Ding dafür, damit die Tür aufgeht? Das ist schwierig, ich weiß nicht. Aua! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Ja! Ah! Dann hast du! Ach, ich weiß es nicht, wow, man müsste gucken, dass er hier rauskommt, aber in die Richtung springt und ich weiß dann immer noch nicht, ob es genau reicht, also von daher, wir, warte mal, sehe ich das hier, dass hier irgendwas drin ist, sehe ich das auf meiner Karte, natürlich sehe ich es nicht auf meiner Karte, das heißt, das müssten wir uns merken, weil ich nicht weiß, wie wir da sonst rankommen. So, dann gehen wir hier mal nochmal runter, gucken mal, ob wir hier, wow, scheinbar nicht, aber da ist unten Sand, da seht ihr das? Mal gucken, wie wir da reinkommen am geschicktesten. Ah, da ist wieder Kollege, Kollege Folterkrabbel. Hauptsache, we animated interactions. huiich, hauyah, 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 bauyah. Ochauou, hauyah, gefrein, hauyah, 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 hauyah. ja lass dich halt auch treffen oder so alle du bist so ein aggro sprinter junge junge so er versucht noch mal es geht ohne an diese komischen finger da er sehr cool fragment einer energiezelle sehr schön so ich glaube er hat gerade gespeichert ich meine gesehen zu haben dass er es getan hätte jetzt müssen wir mal gucken wie kommen wir jetzt da oben ran müssen ihn hier mal entschalen ach das war wieder der die katastrophale geschichte wo ich wieder nicht weiß wie man das am geschicktesten anstellt wie stellt man das am besten an weil wenn ich hier mein finger da auch mal aber ich muss mal ein gefrostetes teil so wir machen hier mal kurz eine kleine aufladung so ah ok fragment einer lebenszelle ja ok das macht natürlich sinn dass das jetzt so geht ok cool sehr schön sehr schön sehr schön dann gehen wir mal ich wollte eigentlich wo ok irgendwie ach so wollte ich es eigentlich nicht weil das hat uns jetzt genau nichts gebracht hätte ich jetzt gesagt wartet mal ich probiere es nochmal weil dann kann man vielleicht schade aber auf dem rückweg können wir hier rüber so wir können hier auch rüber rennen so wartet mal können wir hier hoch vielleicht wie ich so wir werden dich hier mal schnell los ok das heißt wir müssen das ganze wow ah ok das ist ein ein inside sand warte mal wie war das jetzt mit dem springen ja so war das ah sehr cool so wunderschöne so wunderprima ich freue mich au 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 sterben au ich freue mich dass das so wunderbar funktioniert hat weil dann haben wir nämlich diesen ganzen bereich auch erkundet hier waren wir ja auch dann springen wir mal schnell noch hier kurz nicht beißen dann springen wir mal noch schnell kurz hier rüber weil hier unten ist auch noch au 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 stock das ist nicht immer so wie ist das hier gemeint okay passt auf wir gucken mal und springen mal dahin und springen mal hier sehr sehr cool das passt und dann können wir hier hoch wieder wunderbar wunderbar ok durch diese barriere kommen wir nicht aber es scheint da auch nur diesen einen weg zu geben und durch diese barriere zu kommen heißt also wir springen mal schnell hier drauf hier drauf hier dran hier drauf sind dann auf der brücke gehen dann hier drauf gehen hier rüber da oben gibt es auch noch etwas aber da oben da waren wir wieso zeigt diesen bereich als nicht erkundet an das ist ein bisschen seltsam tut egal wir gehen mal von der anderen seite rein oder wir versuchen es ob es klappt kann ich natürlich immer nicht versprechen so dann gehen wir mal hier nach oben hier nach oben hier nach oben diesen schalter haben wir betätigt jetzt können wir hier rein ok da hat es noch aua ok 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 da hat es auch noch ok lasst nicht mal schnell schauen können wir das so wollte ich das alles eigentlich gar nicht wartet mal wir machen mal hier wieder so wenn man schon mal tasten gewöhnt ist nicht wahr ach so das ist der ist irgendwas gestorben ich dachte gerade es tödelt mich jetzt gleich so dann gehen wir mal hier rüber ah da ist ein tock so dann können wir mal hier raus ganz ehrlich gesagt ist Ein Rohdiamant! Nebenquest! Aha! Erkunde die Ringenspferd in der Nähe der Schaufel. So, wir haben gespeichert. Und ihr kennt mich ja jetzt auch schon ein bisschen. Diese Folge ist an dieser Stelle dann auch schon wieder vorbei. Wir haben gespeichert. Wir sehen uns dann exakt an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wollt. Ich würde mich freuen. Heute muss ich sagen, hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Heute waren wir sehr erfolgreich. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein wollt, dann schaut doch einfach rein. Ich werde auf jeden Fall hier sein. Und ja, dann bleibt mir wieder mal nichts anderes übrig, als zu sagen, auf Wiedersehen! Amin! 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 Amin!